Unsagbar traurig, Xavier Naidos Bassist verstorben mit 47 Sänger Xavier Naido, 46, ist in tiefer Trauer. Sein langjähriger Bassist ist verstorben. Der Mannheimer Musiker war erst 47 Jahre alt. Woran der Hobbyfotograf gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Nur ein kurzes Posting via Sozialmedia von selbst bestätigt bisher den Tod des Bassspielers. Darunter häufen sich schon jetzt unzählige Beileidsbekundungen. Und auch das Mitglied der Söhne Mannheims verabschiedet sich mit emotionalen Worten. Wir sind unsagbar traurig. Rest in Börse, schreibt unter ein Schwarz-Weiß-Foto des gerade die Bühne rockenden Freundes auf Facebook. Die Fans können es nicht fassen. Kein Wort reicht im Moment aus, um zu beschreiben, wie sehr es schmerzt, schreibt einer, unglaublich für mich wie ein solch junger Mensch einfach aus dem Leben gerissen wird, ein anderer. Der Musiker spielte unter anderem auch für die deutsche Sängerin Nenna, 58, und dem Schweizer Tino Akaneibas. Der große Star Wars-Fan wird von Freunden, Familie und Fans schmerzlich vermisst werden. Der große Star Wars-Fan ist ein Schwarz-Fan. 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 Der große Star Wars-Fan ist ein Schwarz-Fan.